Ich bin mir sicher, dass du viel Hilfreiches zu sagen hast, Carla, aber ich spreche deine Sprache nicht. Mia! Mia! Denk nach, Sarah, denk nach. Centopia hat Regeln. Mia kommt jedes Mal wieder zurück zu mir. So funktioniert das. Kleines, kannst du mir bitte dabei helfen, den Tisch zu decken? Sarah? Wieso frisst der Hund ein T-Shirt? Das, das kann nicht wahr sein. Mia kommt immer wieder zurück. Oder nicht? Ich sollte es lieber Mama erzählen. Irgendwas ist passiert, ich fühle es. Entschuldige, deine Sprache spreche ich auch nicht. Was? Der Armreif! Du hast den Armreif gefunden! Es, es ist an. Okay, Mia. Schätze, wir sehen uns da. Und Wolfi, du warst eine sehr große Hilfe. Entschuldige, dass ich vorhin was anderes sagte. Okay, sehen wir, was passiert. Wie lautet dein Passwort? Konzentriere dich auf denjenigen, der gut getarnt. Denjenigen, der wartet, der zuhört und warnt. Was ist das? Ah!